Der jährliche Finanzbericht der Royals wurde veröffentlicht. Ein Detail fällt auf, Prinz William reduziert die Ausgaben für ein Familienmitglied. Der jährliche Finanzbericht der Royal Family offenbart überraschende Details zu Prinz Williams, 42, Ein- und Ausgaben. Besonders ein Punkt sorgt für Aufsehen, Annabelle Elliot, 75, die Schwester von Königin Camilla, 76, steht nicht mehr auf der Gehaltsliste. Die 75-Jährige war Innenarchitektin und Antiquitätenhändlerin und seit 2005 für die Gestaltung der königlichen Residenzen verantwortlich. Laut dem Telegraf stellte sie König Charles, 75, sogar als Chefdesignerin für seine Anwesen ein. Doch nun hat Prinz William beschlossen, die Ausgaben für die Dienste von Camillas Schwester einzustellen, wie britische Medien berichten. Der neue Prinz von Wales möchte das königliche Quartier modernisieren, was zu dieser Entscheidung geführt haben könnte. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wird Annabelle, die für ihre Liebe zu Georgianischen Möbeln bekannt ist, nicht mehr bezahlt. Damit ist ihr eine wichtige Einnahmequelle verloren gegangen. Laut dem Finanzbericht erhielt die 75-Jährige bis September 2022 im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs und zu marktüblichen Bedingungen rund 23.200 Euro für Honorare und Provisionen sowie etwa 14.600 Euro für den Kauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Jedoch möchte der 42-Jährige jetzt seinen eigenen Stil auf dem geerbten Anwesen umsetzen und setzt daher auf neue Designer. Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams sagte der Mail, dass Elliotts Arbeit in der königlichen Familie als Erfolg angesehen wird. Es ist nur natürlich, dass Prinz William, nachdem er das Herzogtum geerbt hat, dem Anwesen seinen eigenen Stempel aufdrücken möchte. Die Ablösung der Schwester der Königin bedeutet, dass es für ihn einfacher sein wird, einen neuen Ansatz umzusetzen, und das werden der König und die Königin zweifellos verstehen, so der Experte. Für die Schwester der Königin bedeutet das aber noch lange nicht das Ende ihrer Tätigkeit. Charles und Camilla haben Annabelle mit der Gestaltung des neuen Besucherzentrums und Restaurants in Balmoral beauftragt. Während William neue Wege geht, hält der Monarch seiner Schwägerin die Treue.